Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Amnesia When Life No Longer Exist Let's Play Wir sind ja hier vorne stehen geblieben und bin mal gespannt was uns hinter der Tür erwartet Suffering, kein Text zum Lesen, nur ein komisches Bild Ok, da hängt jemand, jetzt sind wir hier hinten, am Schneebel ziehen, Bild Den Rückenfreistuhl Ich darf's nicht fallen müssen, ok Das ist blöd Ich dachte, das Ding beschätzt mich Jetzt müssen wir mal warten, bis der weg geht Oh Gott Du siehst mich nicht Oh, danke Hihi Wir sind durch Oh Wie kommen wir denn noch rüber? Ich glaube, wir müssen noch rüber Oh Jawohl, ja Jawohl Jawohl Einwand frei Keine Ahnung Hab ich jetzt gemacht Keine Ahnung Ah Und wieder Suffering ohne Text Oh nein Oh nein Jip 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 Hopp Leute, ich hab doch gesagt Ich mag kein Wasser Welcher Hebel Oh nein, oh nein Nur Leichenteil Was war das jetzt? Hm Ah Ah Ach nein Ich hasse Wasserlevel Oh, 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 hoch, hoch Ah ja, darüber muss ich nur Okay Ey, bleib hier vorne Nicht zu weit Nicht zu weit Scheiße Ähm Augen zu und durch Hm Uh, uh, uh Okay Es gefällt mir trotzdem nicht, dass hier unten auch Wasser ist Oh Oh Oh, meine letzte Kerze Control Room Entrance Schnell raus aus dem Wasser Oh, ein sehr langer Gang I think that I remember something Ach, er redet für mich auch gut I remember someone saying to me that sometimes machines are controlled by the force of darkness Let me think Oh, yes It was in the sauna a few years ago Hehehe, ist ja cool Ja Von wo kommst du? Ich glaube, von hier hab ich dich gehört Nö Warte, wenn man die Tür zu So ist man auch ungestört Und jetzt? Ah, ganz vergessen wie man Doesn't work like this Muss ich das ein Vielleicht Hm Ja, wie soll's denn dann funktionieren? Äh, ich kann wieder Oh Jaaa Aha Ich kann wieder 比 spheres Ich kann wieder Das f aconteceu chnitt Wasche System sind wir Thousand Was Die Is Die fortune Was Oho, noch mal Wasser. Will der Typ hier eingehen oder was? Nur eine Mythe. Ein Mythos, nicht eine Mythe. I need to stop this machine. That's the only way to end this nightmare. Chapter 2. Wunderbar. Chapter 1 haben wir geschafft. Ja. Dann... Oh, okay. Jawohl, reiß dich zusammen. The man in Sauna said something about machines. I think that I can get out of here by stopping those machines. Alles klar. Wollen wir doch mal unser bestes versuchen. Was ist das für ein blödes Geräusch? Kann ich nicht bewegen. Irgendwas hat sich hier getan. Ups. Sorry. Das war jetzt keine Absicht. The man in... Ah, okay, das hatten wir ja schon. Hm. Okay. Sorry. Sorry. Das war wirklich keine Absicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lass mich... Au. Nein. Hilfe. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Oooh. Fuck, 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 fuck. Oh Mann. Ohhhhhh. Ich glaube, ich muss einfach nur die ganzen Schalterchen hier betätigen. Jo, und er hat mich. Scheiße. Nein, hide or run. Scheiße. Okay, aber jetzt weiß ich Bescheid. Na, diesmal kommt keiner. The door won't open. Na gut, dann haben wir jetzt anscheinend. Und unsere Ruhe und können alles in die Control Room. Okay, wir haben es anscheinend geschafft. Er hat es anscheinend gespeichert, den Fortschritt. Okay. Hm. So viel... Spiel, ich bitte dich. Hör auf, mir Angst zu machen. Oh mein Gott, eine Kerze. Hm. Ups. Dass der nicht mal hier über die Dinger springen kann. Okay, hier ist nix. Da hängt ein Arm. Und ne Kerze. Mit der Armauer sieht. Oh nein. Ich habe die Kie. Ich habe die Kie. Garde auf die Control Room. Oh, klasse. Ich muss die Kie von dem Manns Stummech bekommen. Wir haben noch eine Säge. Mh, 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 mh. Mjam, mjam. Da haben wir schon den Kie. Ich räume mal hier vorsichtshalber aus. Nicht, dass ich mich gleich irgendwo verstecken muss. Das ist nämlich meine Befürchtung. Und dafür ist der Kie wahrscheinlich, ja? Jo. Wunderbar. Wunderbärchen. Oh Gott. Wieder zwei Hebel. Okay. Hm. Und da haben wir es schon. Jawohl. Äh, Machine Chamber. Machine Chamber. Chapter. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel hat das Spiel eigentlich? Ich glaube, es sind nur die zwei. Okay. Wo führt uns das hin? Heating System. Impressor System. Das ist offen. Das ist offen. Refiguration System. Okay, fangen wir hier an. Hier ist ganz viel nichts. Dann gehen wir hier vorne in die zwei. Was haben wir hier schönes? Auch nix. Warum baust du solche Räume, wo nix drin ist? Was eine Frechheit. Ist hier oben irgendwas? Da irgendwas? Ganz viele Schnüre und Steine und das. Okay. Ene, mene, muh. Und raus bist du. Okay. Gehen wir hier rein. Ins Refiguration System. Maybe I need to check the ladder first. Was sind die ladder? Oh. Ja, ha, ha. Übersehen. Okay. About opening the door in Big Hall. You need to start each one of the three machines. Heating System, Cooling System, Pressure System. When each one of these machines are running, the door shall open without problems. Heating System. Okay, heating System. Start a Pressure System, Start a Heating System, Start a Cooling System. Okay, okay. War ich doch... Ne, Quatsch. Pressure? Wo ist Pressure? Pressure. Da, haben wir doch. I need to start all three systems. Kein Problem, das schaffen wir mit Leichtigkeit. Schauen wir, was ich hier verbirgt oder auch nichts verbirgt. Okay, the Pressure System is very unstable. It may explode, if you are not very careful. The Pistons is quite rusty, even through it being lubricating it very often. I keep almost all of my layouts of the machines in my library. There is quite good advice to increase the power of the Pressure System. Okay. Aha. Aha. Okay. Ich gebe mein Schlechtestes. Ah, was haben wir hier? Schönes? Unaufmachbar. Okay. Ich gebe mein Schlechtestes. Ah, was haben wir hier? Schönes? Unaufmachbar. Da ist nix. Was? Jawoll. Oh, oh. Oh nein, was? Oh nein! Nein! Lauf! Oh! Oh! Muss ich da vielleicht lang? Oh. Ich werde den Part jetzt erstmal hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin! Tschüss! 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 Das ist das ist ein Schmänn pää kleines. Untertitelung des ZDF, 2020